Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Prison Architect Und das wird ja richtig hier lecken ne Ich hab lang nicht mehr aufgenommen Prison Architect Ich hab keine Ahnung was ich hier nicht getan hab Was ich hier tue Das sind irgendwelche Einzelzellen Ich hab 500 Äh Zellen Aber in sechs Stunden kommen nur sechs Äh in neun Stunden kommen nur sechs höchste Äh dingstens Warte mal Ähm ich mach mal räume Zelle Okay Aber dann Müsste ich doch Theoretisch Ach mach ich schon Ach lol Ach ja stimmt es leckt ja genau Das ist unser Lagerraum Das ist unser Hof Okay manchmal speed ich mal ab Ein bisschen Ich hab immer noch keine Ahnung was ich Ähm was sie abgeht Ähm was sie abgeht Ich hätte zehn hochwertige Betten her Okay Das ist ja alles klar Einzelhaft Personal erschöpft Es dreht sich aus 233 Ich bin bereit für Bewährung Das ist natürlich krass Was ich jetzt bekomme Die Verjährungsanhörung Okay Das ist jetzt der Das ist der Ausbrecher Ähm Hey da ist irgendwas schief gegangen Ah nee Das macht noch Gut noch gemacht Alles Okay Da ist schon einer drin Loll Ach hör mal Einsatztechnisch Habe ich da noch keine reingezahnt Warte mal da laufen gar keine mehr rum Hier Warte mal Ach nee Ah ok Ein paar Da doch da schon Na warte mal Eine blaue Ähm Rote Es ist halt Ultra laggy Ne Das muss Dann müssen wir jetzt mit Leben einfach Bis mir Geht es an alter Wobei wir die ES besetzen Nennen wir Fertig hier mit sind Mit den Bauern hier Eieiei Aber ich glaube Ich glaube gleich Es ist an meinem PC Liegt unbedingt Es liegt einfach daran Dass das Game halt Ultimativ laggy ist Ne Könnt ihr mal probieren Ähm Das bin auch nicht so viel Nicht so viel FB Ist egal Ich bin nur normal Finde ich ein bisschen schade Tatsächlich Weil Ähm Das ist ja ein geiles Gang hier Ne Aber ich meine Kommen wir Das ist halt echt Wuselfaktor Technisch Das ist halt krank Ne Jau Ich hab doch schon Ne Umfassungsmauer gebaut Was Das ist krass Das ist echt krass So Ja Wuselfaktor An Ey es ist völlig Gestellt hier Cool Ach genau Dann brauche ich hier Nommal Versorgungsstrom Der müsst ja Genau Der ist ganz gut dabei Das ist da Können wir eigentlich Durchziehen Da fehlt noch ne Tür Aber Oh 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 mein Gott Alter Das ist halt schon krass Ne Ist der legendär Alter Zehn Stunden im Gefängnis Nur eingeschossen Eigentlich Ja legendär Das ist so krank Zehn einfach drei Wachen Und eine Vor allem eine bewaffnete Ach die Scheiße Hier kann ich so bauen Ah ich kann noch ein paar bauen Okay Alright Scharfschützen könnte ich auch gebrauchen Ne Wenn ich denn hier mal Schlimmer Bau Warum es denn hier Keine Keine Na Was hast du denn noch gemacht Okay Ja hier zum Beispiel Auch ein Wachturm Und hier baue ich auch ein Wachturm Es ist ziemlich viel gebaut Ich meine Ja ich habe ja schon gesagt Es ist ziemlich viel Zeit vergangen Zwischen dem letzten Video Und diesem Video Jetzt Warum es denn da Hier ist so viele drin Ich habe doch hier extra Personal rum gemacht Mal Das war ich denn auch mal Ausmarsch da Wie viel ausmarschen habe ich so überhaupt 50 Stück Zumindest so lang oder Wie viel ausmarschen habe ich denn auch 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 keine ahnung so weiß nicht was ich besser find ich hoffe es passt doch alles so es ist ja schon krass lang das braucht bis die ich müsste schon 500 haben oder 494 wir kommen einfach nicht weil es so geht und so ziehe es in die hand folgendermaßen wir wollen dass dass wir ein todestrakt bauen auf jeden fall das wollen wir bauen da müssen wir mal kurz gucken zum tode verurteilt nur noch dass hier ein 70 stunden auf jeden fall abwarten natürlich einfach das teil 160.000 und dann sagen wir machen einfach tausende gefängnis 1000 leute oder lassen wir bei 500 jetzt auch nicht mehr jetzt heute mal so heute mal haben das wollte ich noch mal spielen so ich glaube methoden mehr todestrakt haben und es ganz geil bis zur ersten in richtung es ist hier eigentlich ich finde dieses platzierungsgeräusche muss ich habe so viele wachen ich glaube nicht dass es daran liegt die Scheiße Naja 21 Todesfälle also wir werden halt schon echt kaputt schon wenn wir äh wenn wir sterben könnten Die Razzia ist auch ganz geil So Zwei waren noch mal verloren Die kosten dann auch 1500 ne Wenn wir ein paar haben So Ich fand eine Heckenschere auch ne Ähm Ich glaube ich lass das einfach an Mein Lieber sterben jetzt Ähm Die Typen da im Gefängnis Als das meine Leute sterben natürlich Die 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 ich bin doch gerade am überlegen es gibt ja auch geile aber halt dann nicht bis 500 leute ist und halb bis 20 oder so das ist halt so wenn man die ganze zeit manchmal frage ich mich auch ob die razzias irgendwie auch was bringen weil man findet zwar immer schon gut was aber ja findet man auch so immer zwölf menütige medizinische versorgung ja fünf ärzte ich habe echt wenig kapital vor allem ich habe so viel cashflow ich weiß nicht so wenig kapital ach scheiße das muss ich auch noch machen jetzt hier die versorgung ich muss da hin vielleicht langs ja dann personal nehmen wir mal einsatz auch mal rein hier im haus meister genau jungen alter wie hier so faktor ist oh mein gott ich hätte auch ich muss ich muss pionier auf äh dings spielen ihr wisst doch dieses eine game was der entwickler rausgebracht hat der auch die siedler gemacht hat der hat ein neues game rausgebracht alleine und ich glaube das muss ich auch mal zocken weil ich habe die siedler noch nicht so richtig gezockt aber ich wollte es mal machen ich glaube das game wäre eigentlich echt geil dann dafür naja ich kann mal aus spaß mal gucken Raumqualität Hof Bewertung 10 plus von 10 ok keine fenster das kann man ja fixen ach da muss ich auch noch einrichten ok weißt du was ich mach einfach mal ein paar fenster rein äh fenster ok ich mach das sein ähm joa so so fenster sind drin aber wenn es ja zogen Müll einmal zwischen da Pflanzen Genau Genau Damit brauche ich es auch gar nicht Müssen wir uns gleich hier auf Ich glaube ich brauche nur eins von jedem Settel Legen wir mal Tote rum Was? 4 Pflanzen? Ah ich brauche 4 Pflanzen ok Jetzt haben wir mal eine Pflanze hin 1 2 4 4 Pflanzen Das sind mehr als 4 Pflanzen Aber eine Überwachungskamera Brauchte eigentlich auch nicht 1 2 3 4 5 5 Genau das ist auch noch mal besser Weil ähm Da sind immer Polizisten drin 2 5 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 14 15 15 Das sieht so ein bisschen dumm aus, dass das hier nicht verbindet. Guck mal, wir uns an, wie lang die brauchen, um loszulaufen, um zu checken, wo sie hin müssen, ne? Das rattert und rattert und rattert. Das ist krass. Crazy. Das wird auch nicht abgeschlossen, irgendwie. Haben wir noch eigentlich irgendwie andere Kramme noch? Äh, ich mein, das ist, äh, Zuschüsse. Ein mehr versteckt, okay. Also das bekommt mir auch nicht hin, einfach, ne? Bildung frei, unterlich zum 20. Grundlagen bilden und allgemeinbildung. Habe ich ja gemacht. Aber es interessiert sich halt für keiner. Tischlerlehre. 10 hoch wird er gebetten. Äh... Loll. Einflugungssicherheit in der Werkstatt. Ich hab das schon gemacht. Tagesordnung. Arbeit, Einfett, Spatzeiten. Hier dann noch Freizeit. Okay. Ja. So, wie sind die Bedürfnisse so? Ja, Sicherheit ist halt... Weil es sind halt jeder Legendär drin, in dem Gefängnis gefühlt. Das ist okay, das ist okay. Training. Umwelt. Umwelt. Okay. Umwelt, das können wir fixen. Ja, warte mal. Ach du Scheiße. Das ist halt gar nicht gut so. Weil das rote, das heißt, das ist unsicher jetzt. Und dann können auch schon entstehen. Da ist niemand im Hof eingeteilt. Warte mal. Wo ist jetzt gerade... Wo sind wir gerade? Freizeit. Da ist niemand im Hof eingeteilt. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Fünf. Und zwei, drei, vier, fünf. Drei, drei, vier, fünf. Drei, vier, fünf. Zwanzig. Drei, vier, fünf. Sechs, sieben. Vierzehn. Einundzwanzig. Drei, vier, vier, fünf. Drei, vier, fünf. Sechs, sieben. Drei, vier, vier. Alter, ich bin echt scheiße. Drei, vier, vier, fünf. Drei, vier, fünf. Machen wir mal einfach. Drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau. Was ist das? Was ist das Hofgang hier, ne? Da müssen auch welche rein, Jungs. Fünf. Zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne? Zehn. Drei, vier, fünf. Zehn. Zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Drei, vier, sechs, sieben, acht, ne? Zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Drei, vier, fünf. Drei, vier, sechs, sieben, acht, ne? Zehn. Was ist das rote? Rotes Essen. Okay. Ist ja okay. Ist klar. Weil das kann nicht passieren. Das darf nicht passieren. Und... Hier... Da... ...muss dann auch... ...muss dann auch zwei Wachen dann stehen immer. ...jajajaj. Junge, guck's dir an, alter, was da hier alles drin ist. Okay. Alrighty, mali. Digga, fast tausend geschmuggelte Gegenstände in den letzten sieben Tagen. Das ist so insane. So krank. Was ich nicht verstehen kann, ist... ...die Betten sind nicht überlastet. Und da ist trotzdem irgendwie... Ja. Gut. Sehr schön. Oh, no. Nicht sowas hier. Kein Tunnel jetzt. Äh, warte, gib mir grad ein Tunnel-Symbol. Ich meine, wenn wir die Umfassungsmauer haben, dann kann eigentlich nichts passieren. Weil da kannst du nicht drunter berübeln. Ja, das ist anscheinend auch ganz gut ausgeleuchtet jetzt. Aber da ist wirklich die Wand. Genau. So, Schutztrakt. Okay. 16 höchste Sicherheitsstufe in 2 Stunden Knappe 3 Stunden Da müssen wir eigentlich schon mal sparen hier auf das da Das Geräusch ist nervig weil hier die Bäume gepflanzt werden Der Hof ist halt auch riesig Das muss auch fertig gebaut werden Da müssen wir noch mal sparen Wir haben schon wieder 4 Watt- und Wattstange Bei der Einzelhaft 37 Heftige bereit für Bewährung Vielleicht können wir da auch noch mal eine Bewährung machen Wir haben noch mal eine Bewährung zu machen Der Hof kann ich nicht mehr machen Ich brauche ich denn noch mal eine Orbe einfach ne Ich meine Bewährung wäre halt auch schon cool so eigentlich ne Schau mal Einfach nicht so hin Ich habe das eigentlich dazu gemacht dass man da so rumlaufen muss hier Ich habe das nicht mehr Ja und dann der FZ schon wieder ne Und dann wieder äh 5, 2, dann geht's in 7, 6 Ich hab's noch ein bisschen leiser gemacht weil der Sound da nervt mich schon hart Dass das hier fertig wird, du brauchst halt echt ne Stunde dazu, dass es mal fertig wird So Wir brauchen noch so wenig Heftlinge ne Habe ich hier schon alles gemacht? Ja Brauch ich nicht Genau Und wie geht's euch so? Hier geht's Splendid Ich hab Poker gespielt Poker ist ziemlich witzig Natürlich ohne Geld ne, aber Das war Funzo Schon ein cooles Game Das ist ja auch so ein ganz ganz großer Minuspunkt bei Prison Architects Das dauert immer alles so lang Und das ist bei Rimble ist es ja genau so Das was lang dauert Aber da kannst du zumindest Progress machen Und stetig Progress machen Und hier in Prison Architects ist es so Ja jetzt warten wir halt bis was fertig wird ne 38 Heftling bereit für Bewährung Wir müssen halt übel lange warten bis das hier fertig wird 26.000 Cash Cash bauen wir auch Ein bisschen mehr Um halt Wir bauen ja 160.000 auf jeden Fall Also wir bauen auf jeden Fall eine Viertel Million Um dann den Todestrakt dann auch noch zu bauen Oder wir bauen ja einfach da hin Den Todestrakt Warum machen wir das nicht einfach? Warte können wir zum Tode verurteilte schon eins fliegen lassen Ja ist nicht verfügbar Eine Liste mit allen Kategorien die sie angehüpfen bekommen können Für jede Kategorie wird angezeigt wie viele Heftlinge verfügbar sind Diese Zahl wächst mit der Zeit je nach Einstellung der Verhältnismes Regler Sie können direkt entsprechend ihre Wünsche für die nächste Einleitung anpassen Für zum Tode verurteilte benötigen sie eine speziell ausgewiesene Todeszelle Wervor sie sie in ihr Gefängnis aufnehmen können Die Einleitung von zum Tode verurteilte außerdem Wesentlich langsamer als die anderen Kategorien Um die Zahl der verfügbaren Heftlinge in dieser Kategorie Vielleicht nicht immer die sehr heftigsten Szenerar gesät Okay Den würde ich einfach hier unten hin machen tatsächlich BAUCH BAUPAU Was ist sowas damit fange ich damit mal gleich an Kann ich Kann ich Energischen Schuh kann ich bauen Liefert 2.000 Volt Gerechtigkeit Alles klar Kann ich machen ist ich könnte schon mal bauen Ähm... Ich kann es tatsächlich bauen... Ähm... Ja, okay... Ich schieße hier mit dem Sterben hin, in Richtung Staum, okay... Innenbereich, elektrischer Stuhl, okay... Wie groß ist so ein elektrischer Stuhl? Stuhl... Oh, okay... 3x3 2x3 3x3 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 4x3 3x3 4x3 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 5x3 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 6x3 5x3 6x3 5x3 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 6x3 6x3 5x3 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 6x3 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 9x3 6x3 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 7x3 7x4 7x4 8x4 8x4 9x4 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 10x4 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 11x4 11x4 9x4 11x4 10x4 Ist egal. Ganz egal. Ich kriege einfach hier einen... Okay. Ähm. Ich kriege hier einfach so neben dem Gefängnis... Neben dem Todestrakt. Scheiße. Hm. Ja, warte mal. Dann mache ich das so. Dann mache ich einfach einen Tisch für 10. Oh lol. Moin, was geht ab? Tisch für 10. Das heißt. Ähm. Auf jeden Fall erstmal eine Teake. Das ist komisch. Darf ich es anders gemacht als hier, ne? Ja. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Dann brauche ich... Ähm. Na ja, einen 10er Tisch gibt's halt nicht, ne? Ja. Es gibt ja noch so einen 12er Tisch wahrscheinlich. Und dann verschiebe ich das um eins hier. Ich verschiebe sie um zwei einfach. Genau. Ähm. Und dann... Ähm. Ne, es ist uneffizient. Das ist uneffizient, tatsächlich. Tatsächlich. Schönen wir mal. Weil ich will auch... Weißt du was? Ich mache das so... Sehr minimalistisch geworden. Dann kann ich hier alles hinstellen, was ich brauche für eine Kantine. Ähm. Damit der... Damit es richtig gut ist. So. Ja. Und hier habe ich auch noch Platz. Ja, es wird schon passen. Dann. Ich komme hier in die Tür hin. Ähm. Hier kommt ein Herz. Hier kommt ein Herz. Hier kommt... Hier kommt... Hier kommt... Wie kann ich... Kann ich so ne... So ne Küche bauen? Ja. Ah. Das sind mir Eigennychs. Küche. Okay. Oftentimes dannが完璇的 Spür. Ja, Küche da. Okay. Dann hätte ich die Kantine schon mal. das heißt ich hätte nahrung ja okay gut dann würde ich sagen also ich mache hier keine großen zellen rein oder oder sind wir human und wir sagen hey 3x3 zellen hier ich meine es sind halt die schwersten verbrecher der schwersten verbrechen trotzdem jawohl 5 stück kann reichen das heißt das mache ich weg so möchte eine tür hin und siehst du schon mal ganz gut aus zellen habe ich da kommt natürlich alle duschen rein und so so blasen lernen dann geht schlaf geht nah und ist gut das ist okay das wird gut sein training könnte ich noch ein trainingsraum machen bereich machen und ich weine nicht so hochtechnisch sondern halt wirklich so sporttechnisch es gibt doch einen sportraum nein das ist ein ding schatze yo der wurde abgeschossen alter wauw ja krass also entkommen tut hier keiner mehr ich finde es komisch dass man jetzt den tunnel nicht gefunden hat und da ist die attrappe und es kann sein dass der dann einfach hier runtergetraben hat und dann sind hier alle los miteinander verbunden ja ok das ist 66.000 ne na genau ok weiter gehts wir müssen nicht wofür ich ich ja ich 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 hier Okay 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 Also Gemeinschaftsbereich jetzt erstmal ne Erholung Sorry Zehn Minuten noch Das war nicht mein Wecker für die Aufnahme Einfach nur mein Allgemeiner Wecker Egal Gemeinschaftsbereich Wo mach ich denn da schon hin ist die Frage ne Ich brauche schon mal ein Familienbereich Das war das Ich brauche schon mal ein Familienbereich Wie mach ich das Mach ich da 15 Oder mach ich da 3 Ne doch 15 habe ich auf jeden Fall meine Ruhe Könnte auch 3 Zellen machen 1 2 2 2 5 2 3 3 4 4 5 5 5 6 5 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 6 5 6 7 9 9 10 6 10 10 10 8 10 10 10 10 12 15 15 da mal das geritzt auf jeden fall ich weiß nicht was selbst nicht schief geht so, warte mal genau so, Besucheraum haben wir fertig also das haben wir das, was das, das, das nein, das haben wir noch nicht noch nie haben wir und jetzt kommen wir zur Erholung das ist jetzt mal Erholungsraum das ist jetzt erstmal verdammt ich sag mal einfach mal sehen weil das nicht so viel ist so, jetzt lassen wir jetzt hier zehn Stück und vier zehn Stück zehn Stück fünf, eins, zwei eins, zwei fünf genau, Gemeinschaftsraum sehr cool da ist so auch Training haben wir noch nicht Komfort ja, das können wir hin das Stück kommen wir auch hin das Stück auch hin mit Fight Blocks und im Kino Raum Kino? es gibt Kino Raum? ne 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 Kino? ne ne Freiheit, Kleidung Drogen, Alkohol da können wir auch hin aber das genau, das genau, das brauchen wir auch brauchen wir hier auch einen Psychologen warte mal, Programme Psychologenbüro, genau Drogen Drogen Arzt in Krankenstation also von Arzt schüler-sitze schüler-sitze was bedeutet schüler-sitze was bedeutet schüler-sitze Also auf jeden Fall wollen wir mit dem Psychologen und dem Arzt noch Mit dem Krankenbett Ach die wen Jungs Was sind das Schuhe zwischen Naja I don't know Vielleicht können wir hier Psychologen so hinbauen Das geht schon Ja Also hier einen Psychologen reinbauen Psychologe Wo ist Psychologe Wo ist Psychologe Das ist ein Personalraum wahrscheinlich auch Dann Mh Mh Wo ist ein Psychologe Ich finde das nicht Ach das ist ja nur ein Büro dann oder was Ok 4x4 auf jeden Fall 1 2 3 4 1 2 3 4 Zack Mh Mh Achso ne für den Arzt brauchen wir ja was anderes Ne Die lass da nochmal Mh genau Arzt und Krankenschätzung sind eine Stunde in der Zeit im Krankenbett So wie hier Also einfach ne krankenschätzchen ganz normale so wie hier Jetzt ist das im Krieg so krass Da braucht man ein Bett halt was anderes brauche ich nicht sie ist es richtig ja cool hey so können wir mal wieder neue typen alter endlich mal was ist denn jetzt los schon wieder was ist jetzt gerade welche arbeitszeit ist gerade tagesordnung essen immer beim essen das heißt wir müssen da einfach unseren einsatz ich guck mal das an hier fiel das hin man es kann doch fast nicht zu viel sein zu wenig sein ein scheiß an alter also das ist ja es ist echt krass dass da beim essen einfach die rode brennt naja genau das ist das mit dem part wir sehen uns beim nächsten mal ich werde einfach gleich weitermachen sind auch rein dann ja